Hallo beim Witz des Tages von Kevinta. Heute ist der Dschungelwitz. Und ich bin noch weit. Hinter. Meine lieben Leute begrüße ich zum Witz des Tages von Kevinta. Heute ist der Dschungelwitz. Und zwar ist der von Wolfgang nicht dein Seiler. Das ist sein Zudem bei Facebook. Und da geht's so, was frisst Gas, was gibt Milch und was lebt im Dschungel? Ein Kurilla. Das fand ich ganz gut. Was ist Gas und lebt im Dschungel? Ein Kurilla. Und Erklärung. Eine Kuh frisst Gas und gibt Milch. Und ein Gorilla lebt im Wald. Und so ein Mischling, das ist eine Kurilla dann. Das fand ich ganz logisch, aber fand ich ganz lustig. Eine Kurilla da. Was gibt Milch und was frisst Gas und was lebt im Dschungel? Eine Kurilla. Okay, tschau kakao. Könnten wir auch was schicken. In den Eiferschein. Und da sind ja kein Eicher. Und da sind das eine Kurija. Ich bin ja auch mal lustig und da,